Jo Leute, was geht ab? Wir sind wieder da. Wir sind wieder hier. Und zwar sind wir hier, wo wir gestern aufgehört haben. Acht Stunden sind abgelaufen. Und jetzt müsste hier unser neuer Charakter sein. Bunny. Und ja, das möchten wir erhalten. Eins von zwei. Warum eins von zwei? Brauchen wir die zweimal? Oder können wir jetzt... Wie können wir denn jetzt nochmal wechseln? Menü. Weltkarte. Inventar. Hier. Den habe ich aber allerdings auch noch nicht gespielt, aber er hat irgendwie nur so keine Namen. Wir probieren das die jetzt mal aus. Ohne zu lesen, was sie kann. Ohne zu lesen, was sie kann. Gucken wir uns jetzt mal das Häschen an. Gehen in eine Mission. Begib dich zu den Albani-Bergen. Oh, wir haben hier noch irgendwas. Achso, jetzt kommen zwei von zwei. Jetzt haben wir es geschafft. Ich glaube, ich brauche, ich brauche einiges zu verlieren. Nichts? Nein. Für alle übrigens, die das Game zocken wollen, aber zu spät gekommen sind und bei Steam nicht mehr den Beta-Zugriff anfordern können. Ihr müsst nur 15 Minuten bei Twitch im Stream dann gucken, wo die Drops aktiviert sind bei diesem Spiel hier. Also live, das kann ja dann blablabla wieder so mal heißen. Und dann habt ihr den Key und könnt noch teilnehmen, wenn ihr wollt. So, wir gehen jetzt zu den Albani-Bergen. Und probieren wir unseren neuen Charakter aus. Ach, jetzt haben wir gar nicht unsere ganzen Waffen gedroppt, ne? Ist das dann voll eigentlich? Ah, ein bisschen passt noch. So, jetzt habe ich vergessen, die Waffen zu verkaufen. Eigentlich müssen wir das vorher noch mal machen, oder? Naja, scheiße. Wenn wir voll sind, sind wir voll sind. Dropgarten-Schmutz. Was spiele ich jetzt überhaupt? Spiele ich das mit diesen drei Waffen wieder? Ähm. Die Pistel kann weg. Haben wir überhaupt ein besseres Sturmgewehr? Speergewehr? Taktisches Gewehr? Schrotflinte? Nee, es ist immer noch das tausendfutterter Schrotflinte. Alter. Ja, die Kanone war scheiße. Die Kanone war richtig kacke, die habe ich schon ausprobiert. Maschinengewehr. Nee, wir behalten mal das. Ach ja, wir haben das Strahlengewehr neu. Und hier nehmen wir jetzt die Schrotflinte rein. Hm. Die hier, ne? Ja. Okay. Also, wir nehmen jetzt ganz nochmal das Sturmgewehr. Nehmen wir jetzt hier das. Das Strahlengewehr. Und... Nehmen wir jetzt hier eine Schotte. Und starten die Mission. Was haben wir denn überhaupt hier für Fähigkeiten? Okay. Wie ein Blitz. Hier geht es nochmal aus. Sie macht nach oben was über ihren Kopf. Dann schießt das mit ganzem ein. Alter, warum ist das nicht so schnell? Ist das eine Fähigkeit, die sie hat? Okay. Aber hier gibt es jetzt mal diese... Wie endlich mal andere Gegner, wie gut zu wissen, wie wir so aussehen, ne? Man muss echt oft nachladen, ne? Vielleicht sollten sie das nochmal die Magazingröße ein bisschen erinnern. Man muss echt oft nachladen, und nachladen dauert echt ein bisschen. Ähm... Wir müssen da hoch. Jetzt packen wir mal die Shotgun aus. Okay, die ist stark. Zu stark auf Entfernung. Es darf nicht sein, dass man mit der Shotgun so eintrifft. Ich glaube, er fängt irgendwann an zu blitzen und schneller zu laufen, wenn ich... Weiß ich auch nicht wann. Was ist denn da noch voll jetzt? Unten links? Irgendwas voll jetzt... Ah, unten links, auch in der Mitte, Mitte unten, ist das Passive irgendwie aufgeladen. Wahrscheinlich, der nächste Angriff macht mehr Schaden, oder ich weiß es nicht. Ach ja, wir wollen den Kletterhaken. Oh, das ist so geil. Die Nakam-Angriffe sind ein bisschen Lächerlich. Komm her, Juni. Hey, warum wir so wenig Schaden und ich hab gar nicht mehr gesehen. Ich hab gar nicht mehr gesehen. Nee mehr. Scheiße. Wieso hat das denn jetzt nicht geklappt? Also, ich wollte mal wissen, ob wenn ich jetzt Strom da ins Wasser mache, heile ich mich eigentlich selber? Warte mal, hat man nicht eigentlich auch Heil-Items? Ist das Spiel jetzt eigentlich angehalten? Na gut, jetzt bin ich automatisch gehalten, weil ich ein Level abgekriegt habe. Aber wie kommt man denn... Es gibt doch so Heil-Dinger, oder nicht? Hallo? Ne, gibt's gar nicht, ne? Es gibt gar keine Heil-Dinger. Welches Spiel habe ich denn gespielt, wo es so Heil-Dinger gibt? Also, hier auf jeden Fall anscheinend nicht. Ja, Beutel ist nur leer. Ah, jetzt haben wir Spritzt, oder? Ah, okay. Wir können eins spenden. Okay, das sieht ja los. Alter, wie lange ist das denn? Da unten links läuft das ab, glaube ich. So, jetzt probiere ich das aber nochmal. Jetzt muss ich es einmal wissen, wenn ich das jetzt hier im Wasser mache. Ah, es hat jetzt mehrere getroffen, ne? Ich glaube, es hat jetzt mehrere getroffen, warte mal. Aber die sind nicht beieinander. Das ist gar nicht los. Kann man sich eigentlich die Schadenzahlen ausstellen? Ich will das nicht immer sehen. Ich brauch das nicht. Das stört eigentlich. Das gucke ich mal eben. Ah, nee, sonst sagt er gleich, wie der Mission beendet. Und ich es nicht so schnell geschafft habe, oder so. Also, probieren wir es nochmal. Ah, nee, es geht immer auf die Schad. Was hat das im Wasser? Es ist kein Unterschied gehabt. Das fühlt sich aber echt gut an. Es macht echt Spaß. Oh, shit. Sehr gut. Ähm, was wollte ich jetzt gerade? Aber wie gesagt, das Spiel muss ich jetzt einfach nicht vorhin gestiegen. Allein ist ein bisschen langweilig. Aber macht auch Spaß. Mann, ist er echt zu weit weg. Krass. Du musst echt nah sein mit den Fähigkeiten. Oh, ich habe eine neue Money für die Shotgun. Und, ich würde mir wünschen, dass es dieses Rollen nicht gibt. Beziehungsweise können sie von mir aus drin lassen. Aber es muss, es muss, ähm, Rutschen geben. Das bricht immer so ein bisschen ab. Und Rutschen wäre geil, dass das weiter so smooth ist. Oh, Mann, ich kann es auch wieder manuell lauschen. Und, die Grafik müsste alles ein bisschen schärfer sein? Ich habe ja dieses Motion Blur aus. Aber es ist trotzdem für mich immer alles so unscharf. Also, egal ob die... Ich habe ja schon alles ausprobiert. Da müssen wir jetzt nicht rumfummeln. Aber es ist für mich... Alles so ein bisschen... Ah, gut, das ist noch der Beta, ne? So, nächste Mission. Oh, wir kommen in eine offene Mission von dem rein. Gerne. Oh, scheiße, Mann, da wird das Feuer laufen. Aber sie hat die gleichen Sprüche drauf wie die anderen Charaktere. Jetzt müssen wir ihn wieder verteidigen. Okay, die scheinen kann nicht reichnissen werden. Okay, die scheinen kann nicht reichnissen werden. Okay, das ist schon mal besser, ne? Er ist fast tot. Okay, da kam ein etwas dickerer. So, scheiße. So, scheiße. Das Schnelllaufen gefällt mir bei mir hier. Ich habe eben eine neue Fähigkeit. Oh! Ein paar Blitze, die ganze Zeit sind wirklich rum. Okay, das wollte ich nicht sagen. Ist mir gar nicht so schnell, Alter. Also, so lang. Es geht ja immer noch. Lol? Hä? Wie lang geht das? Wie lang geht das? Wie lang geht das? Wie lang geht das? Was ist das für einen Charakter, den ich nicht wieder habe? Wie viele habe ich gesehen? Ich bin schon raus! Soll ich wiederkommen? Die Network over in Vestas has been restored. It will be long until we take down the central defense unit. So, let's finish off any enemies in the vicinity. This is a real queen in the net! This is scary. There is a lot of damage. Do I have enough space? I have two more. We must be able to secure it at all costs. Oh, a good shot? Wow! What? I'm all my out? Okay. Also der Schei ist bisher okay. Ich weiß nicht, wie ich mich fände. Da kann man sich da hinsetzen. Was? Müssen wir hier Sachen beschützen? Guck mal, er zeigt übrigens an, dass sie eine Pistole liebt. Na gut, Pistole bauen wir eh nicht. Nehmen wir jetzt hier mal die Dreckswaffen weg. Alter, schaff ich mit Energie? Na gut. Da muss ich nicht aufgar sein. Dann soll sie eigentlich nicht mit low AP reinbringen. Ja, was ist das mit dem hier? Ja, jetzt. Das wird schon hart. Dann haben wir noch ein bisschen Shotgun-Action. Ja, was ist das mit dem hier? Ah, ich bin voll. Das ist ägerlich. Aber egal. Fünftens? Wie viel Mission muss man hintereinander abruzieren? Ich kann ja dauerhaft schnell laufen. Sehen wir mal die Strahlenkanone noch ein bisschen. Hey, wie kann er denn keine Waffen in der Hand haben? Ja, aber ich mag das Sturm nicht mehr am meisten eigentlich. Achso, ich hab diese schnelle und vermochene ganzes Mana da. Das ist ein wirkliches Problem in der Hand. Das ist ein wirkliches Problem in der Hand. Jetzt hab ich's rausgeschaltet. Da hab ich's erstmal Smoky. Warte, ich will doch nochmal... ...sortieren nach Stufe. Diesen ganzen Mist. Ach, scheiße. Ach nein, was hab ich denn jetzt gemacht? Ist mein Sturmgewehr weg. Okay. Ach, ich wollte nochmal was droppen, damit ich die neuen Waffen einsammeln kann. Ey, Mann. Hm. So, jetzt weg hier mit dem Mist. Ah, das ist so annoying. Okay. Aber jetzt auch die Mission, also bisher ist das alles... ...die Dine, eigentlich geht das für der Ass. Das ist halt so bei solchen Games in der Hand. Das ist unmöglich. ... Wir sehen uns, Uji, Reggie. Ich wünschte, ich könnte mich dup- Oh, das ist so annoying! Oh, das ist so annoying! Okay. 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 How many did I send? Okay. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ne, noch nicht ganz. Ich würde gerne nicht weitermachen. Ich würde gerne erstmal nach Hause. Und alles verkaufen.